Musik Sag mal deine Mutti soll ein bisschen Essen kochen, das ist total wenig. Ja, nervt sie dir. Isst du das noch? Äh, ja. Danke. Diesen Arsch. Eka, darfst du einen Rest haben. Pff, was? Ja, ich mag es noch, du nicht mehr. Du bist, du bleibst klein. Was? Hey, das ist vergeteilt worden von deiner Mutter. Sonst kannst du nichts dagegen sagen. Lecker. Aber willst du den Rest haben? Ich kann dir gerne geben. Ja. Also, teile auch gerne mit einem Freund. Okay. Maxi, wollen wir spiel spielen? Kaufst du sie vielleicht, zu zweit geht das, zu zweit geht das und einmal alleine. Aber ich will mit dir zu zweit kommen. Bitte. PS4? Ja. Du hast keine PS4. Aber du? Und ich dachte, du wirst mich spielen. Weil... Hast dich nicht gefällt? Okay. Hey, Junge. Wo bist du? Hey, Thomas. Hi. Was ist da? Ich schlafe jetzt. Lass uns Letzing spielen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich bin besser als du. In allen besser, aber in Letzing bin ich vor allem besser als du. Ja, ja, ja. Haben wir das denn nicht abgesp... Okay. Drei, zwei, eins. Oh, Tannenbaum, Tannenbaum, wie schön sind deine Klöpfe. Ja, ja, ja. Schau, ich hab tausend Punkte. Du... Scheiß Bande. Aus dem Weg ich mich durchfahren. Gecrashed. 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 Warum bin ich abzufallen im Spiel? Gecrashed. Nein, nicht... Jetzt hab ich nicht mal. Crasht. Mir... Ach. 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 Ich bin immer noch neun da. Ich bin drei runden hinten. Hey, ich hab mal Übernachtungssachen geholt. Kann ich noch übernachten? Wieso? Ja, weil ich dachte, wir sind Freunde. Ja. Ja, ja, ja. Tschüss, ich bin dann mal. Ciao. Alles spaßig. Zudem gehe ich nie wieder. Das ist nur nicht bei einer Konsole. Das ist nur nicht bei einer Konsole.